Ich freue mich, dass ihr wieder bei meinem Dance-Workout dabei seid. Lass uns mit einem kleinen Warm-up beginnen. Wir gehen vor. Vor. Kleine Healdicks, die kommen auch später in unserem Hauptteil vor. Gut. Ganz locker. Zum Reinkommen. Dann marschieren. Gut. Ganz locker Arme. Und wir feder. Kreisen, Schulter kreisen. Seite wechseln. Gut. Dann beide. Nach vorne. Wunderbar. Wir gehen vor. Rück. Federn. Achte auf dein Knie, dass dein Knie wirklich über deine Ferse bleibt. Oberkörper gerade. Schneller. Federn. Gut. Gut. Seite wechseln. Seite wechseln. Erstmal langsam. Tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. Wunderbar. Und Federn. Arme nach oben. Tief einatmen. Ausatmen. Tief noch einmal. Tief, Po, tief. Schieb den Po nach hinten raus und halte den Rücken gerade. Gut, wunderbar. Sehr gut. Noch einmal. Wechseln und zieh die Zehen zu dir. Halte den Rücken gerade. Du kannst gerne deine Hände an den Beckenknochen anlegen oder die Arme vorne halten. Gut. Und wieder marschieren. Kleines Marschieren und öffnen die Arme. Gut. So dass wir ein wenig die Brustmuskulatur dehnen. Noch einmal die Arme nach oben. Zieh die Handflächen zur Decke. Und wieder nach unten. Okay, wir beginnen mit unserem ersten Schritt. Den Grape Bein. Das geht zur Seite. Ja. Tap. Einfach erstmal nur die Füße ganz locker. Tap. 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 Kreuz. Tap. Schritt. Kreuz. Schritt. Tap. Gut. Sehr gut. Ein bisschen Arme mit dazu. Die schwingen ganz locker mit. Du kannst die Handflächen öffnen. Oder du kannst auch eine Faust machen. Ganz locker mitschwingen. Wunderbar. Jetzt hängen wir an unseren Grape Bein. Etwas dann. Kick. 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 Okay, noch einmal. Kick. 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 Sehr gut. Kick. Kick. Wunderbar. Kick. 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 Gut. Kick. Kick. Achtung. Noch einmal. Kick. Kick. Schlitt. Schlitt. Okay, noch einmal. Und Grape Bein. Kick. Kick. Schlitt. Schlit. Grape Bein. Kick. Schlitt. Schlitt. Noch einmal. Kick. Kick. Schlitt. Schlitt. Jump. Okay? Jump. Kick. Kick. Schlitt. Schlitt. Jump. Jump, kick, kick. Sehr gut. Kick, kick. Letztes Mal. Jetzt kommen Step Touch. Wir stehen hier in diese Richtung. Step Touch. Lange Arme und zieh sie nach unten. Stell dir vor, du möchtest etwas greifen. Den Apfel. Und dann pflückst du den Apfel um deinen Beißen. Nein, deinen Beißen musst du nicht. Okay. Ziehen. Gut. Lang machen. Jetzt kannst du den Oberkörper ein bisschen mehr mitnehmen und zwar zur Seite. Gut. Gut. Bisschen zur Seite biegen. Ob du über Kreuz tippst oder daneben, das ist ganz egal. Du kannst über Kreuz den Step Touch machen oder daneben. Okay. Jetzt bauen wir gleich eine Drehung ein. Und drehen. Stopp. Okay. Noch einmal. Drehen. Stopp. Versuch den Kopf so lang wie möglich vorne zu halten, damit er nicht schwindlig wird. Und drehen. Stopp. Noch einmal. Stopp. Okay. Mit unserem Step Touch. Hepp. Drehen. Sehr gut. Hepp. Drehen. Drehen. Wunderbar. Drehen. Ab dem Grapebein. Kick. Kick. Jump. Hepp. Drehen. Sehr gut. Marschieren. Okay. Okay. Ab Grapebein. Mit dem Step Touch. Unterdrehung. Geht gleich los. Wunderbar. Achtung. Fünf. Sechs. Sieben. Und Grapebein. Kick. Kick. Jump. Hepp. Hepp. Drehen. Noch einmal. Grapebein. Grapebein. Gut. Noch einmal. Grapebein. Kick. Kick. Jump. Hop. Und hepp. Hepp. Puh. Drehen. Marschieren. Okay. Neuer Schritt. Hildix. Hildix. Hatten wir auch vorhin schon den Warm-Up. Ganz einfach. Die Fersen tippen vorne auf. Feste Arme. Richtig feste Arme diesmal. Schieb deine Handflächen nach vorne. Der Oberkörper ist gerade. Rücken gerade. Kopf in Verlängerung. Okay. Gut. Wunderbar. Die Zehen ziehen zu dir. Gut. Nach den Hildix hängen wir ein Slide-Jump. Geht gleich los. und Slide. Auf. Zu. Auf. Zu. Und die Arme gehen wellenförmig mit. Wunderbar. Und hier Bein-Jumps immer gut atmen. Dann gibt es auch keine Seitenstecken. Gut. Auf. Zu. Hepp. 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 Letztes Mal. Hildix. Achtung. Slide-Jump. Nochmal. Hildix. Hepp. 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 Slide-Jump. Slide-Jump. Noch einmal. Hepp. 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 Sehr gut. Wunderbar. Noch einmal. Gut. Marschieren. Ab dem Step-Touch. Bereit. Drehen. Hepp. 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 Slide-Jump. Noch einmal. Drehen. Hepp. Hepp. Slide-Jump. Marschieren. Von vorne. Upgrade Bein. Bereit. Geht gleich los. Achtung. Fünf. Sechs. Sieben. Und. Kick. Kick. Drehen. Drehen. Hildix. Hepp. Wunderbar. Marschieren. Okay. Noch einmal. Und. Hepp. 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 Hildix. Slide-Jump. Marschieren. Wunderbar. Noch einmal. Und. Hepp. Hepp. Kick. Kick. Step-Touch. Slide-Jump. Marschieren. Letztes Mal. Dann kommt ein neuer Schritt. Und. Kick. Jump. Drehen. Heel-Dix. Slide-Jump. Marschieren. Gut. Neuer Schritt. Der Box-Step. Raus. Nachstell-Schritt. Raus. Einmal langsam. Etwas komplizierter. Aber das schaffst du. Okay. Schneller. Geht los. Raus. Kreuz. Raus. Kreuz. Raus. Kreuz. Raus. Nachstell-Schritt. Kreuz. Raus. Nachstell-Schritt. Und jetzt schaufeln die Arme mit. Im Wechsel. Ein Arm schaufelt. Raus. Gut. Wunderbar. Atmen. Raus. Nachstell-Schritt. Hepp. Schaufeln. Rücken gerade halten. Okay. Marschieren. Wir versuchen das Ganze. Up-Dick. Heel-Dick. Okay. Geht gleich los. Achtung. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Eins. Slide-Jump. Box-Step. Gut. Noch einmal. Hepp. Hepp. Auf. Auf. Box-Step. Gut. Marschieren. Okay. Jetzt den Grapevine. Von vorn und dann alles links. Geht gleich los. Fünf. Sechs. Sieben. Und Hepp. Hepp. Jump. Drehen. Heel-Dick. Slide-Jump. Box-Step. Noch einmal. Hepp. Hepp. Jump. Drehen. Heel-Dick. Hepp. Hepp. Slide-Jump. Box-Step. Okay. Machen wir das Ganze gleich links. Dann passen die Beine besser zusammen, wenn wir das Ganze wirklich im Wechsel rechts und links machen. Okay. Ab den Grapevine. Hepp. Hepp. Schütt. Schütt. Jump. Okay. Okay. Noch einmal. Links. Kick. Kick. Schritt. Schritt. Jump. Kick. Kick. Schritt. Schritt. Jump. Okay. Gut. Noch einmal. Ab hier. Die Richtung. Und dann gleich mit Step-Touch. Hepp. Hepp. Jump. Step-Touch. Drehen. Heel-Dick links. Slide-Jump. Box-Step. Box-Step. Sehr gut. Noch einmal. Linke Seite. Marschieren. Wir warten. Gut. Achtung. Geht gleich los. Fünf. Sechs. Sieben. Und... Kick. Kick. Schritt. Schritt. Jump. Step-Touch. Heel-Dick. Slide-Jump. Woo. Box-Step. Box-Step. Wunderbar. Marschieren. Okay. Jetzt verbinden wir. Rechts und links. Okay? Geht gleich los. Hier zuerst. Achtung. Fünf. Sechs. Sieben. Und... Kick. Kick. Jump. Hepp. Hepp. Drehen. Heel-Dick. Slide-Jump. Hepp. Box-Step. Und... Links. Kick. Kick. Jump. Drehen. Heel-Dick. Good. Slide-Jump. Box-Step. Box-Step. Und... Grape-Bine. Kick. Kick. Jump. Jump. Hepp. 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 Box-Step. Links. Atmen. Jump. Drehen. Heel-Dicks. Good. Slide-Jump. Hepp. Rechts. Kick. Kick. Jump. Drehen. Heel-Dick. Slide-Jump. Box-Step. Gut. Schritt. Schritt. Jump. Drehen. Wunderbar. Slide-Jump. Box-Step. 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 Hepp. 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 Jump. Drehen. Hepp. Hepp. Slide-Jump. Gut. Box-Step. Richtung wechseln. Grape-Bine. Kick. Kick. Jump. Drehen. Hepp. Hepp. Slide-Jump. Noch einmal. Gut. Jump. Drehen. Heel-Dicks. Slide-Jump. Box-Step. Links. Grape-Bine. Atmen. Hey. Gut machst du das. Sehr gut. Weiter. Slide-Jump. Licht aufgeben. Box-Step. Okay. Marschieren. Sehr gut. Wir kommen zum Cool-Down. Nehmen die Arme mit nach oben. Finger nach oben. Handflächen zur Decke. Einatmen. Nehmen die Arme nach unten. Einatmen. Ganz lockers Marschieren. Ganz locker. Gut. Und dann schüttel die Arme aus. Nehmen die Arme nach oben. Und ausschütteln. Einatmen. Aus. Ein. Aus. Einmal. Noch einmal. Und dann langsam. Nur noch Federn. Nehmen die Arme nach hinten. Und lösen. Tief einatmen. Und ausatmen. Lass den Puls nach unten kommen. Ein Schulterkreis nach hinten. Und nach vorne. Wunderbar. Sehr gut gemacht. Ich freue mich, dass du bei meinem Dance-Workout dabei warst. Und wenn du noch weitere sehen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Dance-Channel. Das Ganze ist kostenlos. Und dann bist du immer up to date. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Das Ganze ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020